Mein Name ist Kelvin Machers, ich bin 25 Jahre alt, vom Beruf Informatiker und komme aus Tönesforst. Die Digitalisierung liegt mir sehr am Herzen als Informatiker und deswegen, da wir jahrelang da keinen Fortschritt gesehen haben, sei es in den Schulen, sei es im städtischen Bereich, finde ich, wir müssen einen neuen Schwung da reinbringen und ich glaube, nur mit Uwe Leuchtenberg wird es funktionieren und deswegen wähle ich am 13. September Uwe Leuchtenberg.